es ist montag abend es ist 18 uhr herzlich willkommen zu einem neuen smart podcast also zu einer neuen folge immer der gleiche podcast so funktioniert es nicht ja ich freue mich ganz besonders euch die heutige technik vorzustellen sie hat nämlich mit bauschaum zu tun mit montageschaum zu tun und was das angeht bin ich ein bisschen ein gebranntes kind im wahrsten sinne des wortes da gibt es eine kleine geschichte dazu vielleicht rückt ihr alle ein bisschen näher ans feuer und dann erzähle ich euch die geschichte und um die aufhängung an die rückseite der stadt befestigen zu können dachte ich es wäre eine gute idee mit bauschaum einen kleinen holzkasten daran zu kleben nicht wissend dass dieser bauschaum mit einem hochentzündlichen gas aus der flasche getrieben wird zu dieser zeit waren ein paar mitglieder der künstlergruppe und ich im atelier haben tee getrunken auf dem tisch stand über einem teelicht kanne und als dann das gas so weit angereichert war dass es die flamme erreicht hat fing erst das gas und dann die stadtfeuer ich konnte die arbeit zwar noch retten aber es sind heute noch brandspuren auf der rückseite zu erkennen und seitdem war ich nicht mehr so scharf darauf was mit montagekleber zu machen aber ich kann euch und meinem vermieter von sichern es gibt hier weit und breit kein offenes feuer heute wir beginnen damit indem wir die leinwand die leinwand befeuchten und den bauschaum auftragen und sofort verspachteln weil der wird bis zu dreimal so groß wie er auf die leinwand kommt und das muss wirklich sehr schnell gehen und dann muss er erstmal trocknen würde ich sagen legen wir los so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, nachdem der Bauschaum jetzt über Nacht etwas aufgegangen ist, können wir anfangen, den zurückzuschneiden. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen viel geworden. Und dann bemalen wir ihn weiter, ja? Untertitelung. BR 2018 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.